Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen das Lied Eine kleine Geige möchte ich haben. Die Hand liegt in der F-Grundstellung, wir brauchen die Töne F, G, A, B und C. Beide Hände spielen einstimmig. Schaut zu. Mit Text. Eine kleine Geige möchte ich haben. Eine kleine Geige hätte ich gern. Kommt her an die Tasten. Die Hand liegt in der F-Grundstellung, achtet drauf, der vierte Finger liegt auf dem B. Wir spielen rechts F, G, A, B, C, A, B, G, A, F. Das sind vier Takte mit Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, vier, zwei, drei, eins. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, vier, zwei, drei, eins. Takt fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, vier, zwei, eins. Wieder mit den Tönen ab. Takt fünf. F, G, A, B, C, A, B, G, F. Ich spiele die ganze Zeile am Stück. Wer singen möchte, der Text heißt Eine kleine Geige möchte ich haben, eine kleine Geige hätte ich gern. Eine kleine Geige möchte ich haben, eine kleine Geige hätte ich gern. Die linke Hand spielt genau das Gleiche. Wir gehen auch hier in die F-Grundstellung. Das heißt, der kleine Finger liegt auf dem F und beachtet der zweite Finger auf der schwarzen Taste B. Die ersten vier Takte. F, G, A, B, C, A, B, G, A, F. Und Takt fünf bis acht. F, G, A, B, C, A, B, G, F. Takt fünf bis acht mit Zahlen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, drei, zwei, vier, fünf. Jetzt spielen wir mit zwei Händen. Beide Händen in der F-Grundstellung. Prima gemacht. Das war eine kleine Geige. Hätte ich gern. Ich hoffe, meine kleine Spielhilfe hilft euch ein wenig. Und happy playing. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.